Ja, welche Steigeisen sind die richtigen Steigeisen auf Hochtour? Wir unterscheiden drei Typen. Einmal das reine Coop-Steigeisen, das sind Steigeisen, die sowohl vorne als auch hinten so einen Plastik-Coop haben. Dann Kombi-Steigeisen, so wie das zum Beispiel, das vorne einen Coop und hinten einen Kipphebel hat. Und dann noch das Bügelsteigeisen, das hat vorne und hinten so einen Bügel. Das bietet jetzt die beste Kraftübertragung zum Beispiel und ist nur für steigeisenfeste Schuhe geeignet. Vielen Dank.